moin moin freunde der käuflichen liebe und willkommen bei eurem schule zur nächsten folge create yours also hier war nur kohle ok aber jetzt kommen wir mal ein super extraktor advanced extraktor normaler extraktor hier zack nehmen wir mit ist hier noch mehr natürlich ist hier noch mehr so ist zwar nur kohle aber auch die brauchen wir ja noch unten wobei eigentlich zum schmelzen können wir theoretisch auch holz nehmen ok so die brauchen noch ein paar sekunden dann gucken wir erst mal ihr hier das ist ein reinbo ist schon wieder was anderes als eure frost pendungs quasi ok das haben wir ein ditte haben wir das dort noch oder kommen die nur nachts raus die anderen und wäre natürlich kacke hier ist auch noch irgendwie eis oder was ist hier unten noch huiui na komm eis nehmen wir mit so wo waren denn jetzt die extraktoren da so komm hoch da hier sind nur die normalen da seid ihr ja haha so kommen sie ran kommen sie ran du auch keule oh ich muss erst mal hier alter so hier ist ja noch einer und da oben war doch immer noch einer irgendwo da komm her ich brauche euren was zu sagen ich schweif ne ok dann heilen wir uns mal wieder gehen wir mal eine runde hier jetzt wahrscheinlich auch nach unten irgendwie in den untergrund das tut ja nicht not ok so ein paar steinböcke oder frost steinböcke ich weiß gar nicht wie die genau heißen was ich genau sein soll und auch so ein paar mirus brauche ich noch so ein paar arktische hier und zwar gucken was hier links ist sprich im westen da ok und da oben machen wir jetzt noch so ein wie heißt das vieh blizzardsche saad woher noch ein loch ok hier hätten wir einen verschneiten wald voll irre so wie lange ich eine schwert war schwert hält noch so naja dann komm du auch noch mal her ok dann ja nicht gute frage wo sind arctic mirus wo finde ich euch was da ist wasser oder eis wahrscheinlich wasser weil da kein schnee ist so guck mal nochmal dass wir hier möglichst ohne schaden runter kommen also ohne schaden wäre schon mal ganz geil so zum beispiel so ist es brav ok weiter so so arktik mirus wo finde ich euch so sorry für den kurzen cut aber er hat geklopft beziehungsweise hier klingelt da musste ich einmal kurz hin jetzt muss ich jetzt bin ich verwirrt moment wo wollte ich denn jetzt hin ähm puh was ist denn im norden wenn ich da weiter gehe dann sieht es ja so aus als wäre er einfach nur grau ist ja das ende der welt oder ist da irgendwas was ich noch gar nicht entdeckt habe so auf das kraft in new area ja na 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 wir sind doch irgendwo sind denn diese miros die sind doch auch obererdisch auch hier diese chickens dinger die sind mir wumpe ich suche miros das ist auch ein chicken irgendwas chicken lizard irgendwie so ne so echt so ähnlich was liegst du hier so rum wenn du schon hier rum liegst ich weiß auch nicht wie lange ich mich hier aufhalten kann ohne zu erfrieren da wird es runde die viecher wieder die viecher hier ist sogar eine große krabbe jetzt kommt mal ran hier blizzard schissert so hieß er siehst du knapp daneben ach ne also moment wie viel eis habe ich jetzt eigentlich 32 eis 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 hallo alles brauchte ich für gut das sehe ich so nicht shit eis wofür brauchte ich eis war das für den hier dafür brauche ich für einen diamant handschuh brauche ich 8 eis ok dann nehmen wir doch mal eis mit oh älter rutschig wer hätte es gedacht bei eis und die erste schicht scheint komplett eis zu sein auch schön machen wir mal ein bisschen was ab hier wie viel habe ich jetzt 71 na komm machen wir die 80 voll dann kann ich mit dem eis was ich hier sammelt ja quasi zehn diamant handschuhe herstellen war jetzt 81 tragisch so weiter suche immer noch arctic news sie haben die karte oh ja m ist die karte sehr schön was ist ne pixies krabben aber you have discovered in new area voll irre oh hier geht's weiter mit schnee und eis new area wunderbar verdammte axte ich finde die viecher nicht oh ok hier geht's alles klar sonst gucken wir doch mal hier was ist denn ok es ist nur ein durchgang moment hier irgendwo mal was pflanzen da hier geht's runter wie es aussieht was haben wir da kohle ok nur kohle na komm nehmen wir mit ja einmal für licht sorgen bitte danke zumindest während der ausgrabung und nach nehmen wir die auch wieder mit mit der die 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 gut mit extraktoren die hier hier da ist auch noch was die 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 Was willst du denn hier? Aufs Maul? Na gut, dann nicht. Okay, dann doch. Oh, da ist Magnetit, ne? Magnetit war für irgendeinen anderen Anschuh, eventuell sogar für den hier, oder für den Obsidian-Handschuh, das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall geht's hier noch ein bisschen weiter mit dem Code Flöß. Oder Flöß. Oh, Magnetit, immer wieder gerne, danke. Stone, oh, oh, vier Pfiffe. So, Moment, äh, Pixi, okay. Zack, zack, scheiße, ich hab keine mehr. Ähm, Advanced Extractor, Super Extractor, auf gar keinen Fall. Nicht für Kohle, Alter. Bech. Und, so. Also, diese Lecks sind nach wie vor das Größte, was mich an diesem Spiel stört. So, oh, okay, ja, hüpp, zack, nächster. Und darunter ist nix, okay? Juh, das war's dann mit der Kohlen. Ähm, hier sind noch ein paar. Mhm. Äh, Moment, wie lange noch? Zwei, eins, null. Zack, er damit. Gut, danke. Okay. So, und hinaus. Wow. Okay, Pilze, Stein, hast du nicht gesehen? Hm. Tja. Hm. Ja, mal weiter in die Richtung, ne? Geht's auch mal in der Erde, oder? Oh, sieht so aus. Hm, 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 hm. Blizzard Schissert. Schon ein geiler Name, muss ich sagen. Oh, was haben wir? Oh, ganz schön winderisch, wie es sich anhört hier. Was haben wir hier für eine Ebene? Alter, Lachs. Das ist mal echt, ja, Ebene, ne? Alter, Vater. Hier ist ja nischt. Ah, Moment, ist hier drunter Wasser? Jep. Mhm. So quasi ein zugefrorener See. Äh, sind auch nur diese Viecher, ey. Mal gucken, vielleicht kommen die jetzt ja bei Nacht raus. Äh, da sind auch nur die. Hm, auch nur die. Äh, Mirus, wo seid ihr hier? I have discovered in the U.A. Voll toll. Hm. So, I'm Bullshit. Ah, ah, nee, doch nicht. Hm. Ah, da tut er mal sitzen, schlafen meinetwegen, oder was auch immer du machst. A new area. Yippie. Immer noch minus vier Grad. Was ist das hier? Ja. Snowcap. Mhm. Okay. Kommen wir mal ein bisschen von da an. Bisschen Schnee noch mit dabei, ja. Aha! Da sind ja Mirus. Mensch. Definiere Critically Damaged. Noch geht es gut. Nein. Fuck. Okay. Was? So. Okay, äh, fuck. Das Ding ist auch, ich erfriere gleich. Ist jetzt doof. Ich muss einmal kurz irgendwie hier raus. Fuck, fuck, fuck. Wahrscheinlich, wahrscheinlich finde ich jetzt hier nirgends irgendwo einen Platz zum auftauen. Ähm, wie ist es mit einer Fackel? Wenn ich eine Fackel setze. Ja, das hilft. Wunderbar. Lass mich in Ruhe. Ich will nur auf Miro jagd gehen gleich. Alter, du bist doch ein blödes Vieh. So, aber jo, damit. Ich habe Mirus gefunden. Halleluja. Und in der nächsten Folge geht es noch ein bisschen auf die Jagd. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch Benachrichtigungen auf YouTube bekommt. Und schaltet eventuell auch mal bei mir im Livestream ein, wenn ihr Bock habt. Entweder hier auf YouTube oder auf Mixer. Die URL findet ihr unten in der Videobeschreibung. In diesem Sinne hoffentlich bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Schule. Bis zum nächsten Mal.